ALPHASTEIN! Habe ich doch gesagt, Mann, 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 Mann! Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Es ist tatsächlich nicht ganz so wunderschön. Eigentlich hatte ich auch gar nicht geplant, dieses Video hochzuladen. Aber Dr. Rewinsert hatte folgende Idee, meine Freunde. Und zwar ist das Video tatsächlich komplett kontextlos und einfach durch Zufall entstanden. Alphastein hat es tatsächlich geschafft, mich so dermaßen aufzuregen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich werde nie wieder mit ihm eine Runde Fortnite spielen, meine Freunde. Alphastein hat es nicht geschafft, auf einen Custom-Server zu connecten und die folgenden sieben Minuten sind, glaube ich, die lustigsten und mitgleich traurigsten Minuten in meinem ganzen Leben gewesen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und lasst unbedingt einen Daumen nach oben nach euer Dr. Alviss-Rewinsert. Auf Wiedersehen und Tschüss! Okay, können wir starten? Einfach zum Halloween. Hallo, können wir starten? Ja. Ja, ich habe mich geschwinkt. Lass mal lieber Tilted... Ah, nee, ähm, Salty landen wieder. Wir sind ja umgezogen, da hinten in diesem Haus und dann gegenüber bei diesem kaputten Haus, weil Salty ist immer die Zone greasy. Ich bin nicht drin! Was? Wer ist denn jetzt drin? Mo, bist du drin? Nö, in der Lobby. Hä? Ihr seid ja blöd. Wie leid. Du hast nichts gesagt. Da unten steht doch 187 Halloween, Alter, als Passwort. Wir sind drin. Was? Jetzt komm da raus. Wir sind drin. Ja, komm raus. Warte, ich gebe euch neues Passwort. Okay. Was? Können wir? Junge, einfach so. Warte, ihr könnt... Warte. Ihr könnt, ihr könnt jetzt connecten. Doch, nee. Warum? Gib Passwort ein. Hab ich doch. Da unten. Boah, ich hab mal diese Mucke da... Mann. Okay, jetzt. Okay. Mo, seid ihr auch ready? Äh. Hallo. Wir sind schon drin. Es tut uns leid. Für diesen Spielmodus. Blah, blah, blah. Okay, warte mal. Digga, wer macht diese Mucke an? Alter, mach mal bitte aus jetzt, Digga. Hör wieder auf zu nerven, Mann. Junge. Und warum liefst du die Party? Hör mich ein, ich komme von dir rein. Komm einfach mal ready. Hä, gut. Okay, wir gehen wieder raus. Boah, Junge. Warte mal, ey. Warte mal, warte mal. Aber wir suchen schon Albträume, oder? Ja, es gibt nur Albträume, Duos. Ja, deswegen. So, hier, neues Passwort. Alter, mach mal, mach, es ist auf die Postmodus, Mann. Ein bisschen so an. Eins, als Null, Polizei. Mann, Alter. Wir lassen wieder hier, ey. Okay, so, wir sind ready. Okay, seid ihr alle ready? Ja. Boah, mein Gott, Alter. Okay, lädt es bei euch allen. Ich habe bereit gedrückt, aber ich stehe nicht bereit. Intro. Mann, ich bin alleine auf dem Server. Ja, du musst ja sagen, wir werden wir ready machen. Haube, danke, so, Mann, danke, so, Mann, danke, so, Mann. Oh, das hätte nicht passieren sollen. Boah, ihr seid so dumm, Alter. Mo ist auch zu blöd. Nimm doch das auch auf. Digga, pack nicht. Ich bin nicht blöd. What, nein, das ist 20 Uhr. Lobby-Simulator. Einsatz, null, Polizei. Nein, ich mache ein neues Passwort, du Spack. Warum machst du immer ein neues Passwort? Gebt, dass wir aber so ein neues Passwort vergeben. Das ist die Scheiße. Gnu, mach dich kurz ready, bitte. Ja, ich bin gerade erst, ich bin jetzt gerade erst. Ja, ich komme gerade raus, du lahmarsch. Du sagst, boah, ich schwöre, Alphastein, ne? Du machst mich so geisteskrank aggressiv. Mich auch. Diese beschickene Musik, Mann. Kannst du das nicht? Junge, hör doch einfach auf. Ich habe gerade das Video hoch. Hallo, Junge. Lobby-Simulator. Boah, okay. Das Passwort ist 187-Jizzes. Okay. Und macht euch direkt bereit, bereit, bereit. Schwöre, Alph! Direkt ready, okay. Direkt beide ready machen. Beide ready machen. Mo? Okay, haben wir. Achmed auch? Ja, ja, ja. Okay, ich starte jetzt den Server, ja? Ups, das hätte nicht passieren sollen. Was? Oh. Was? Hallo, ihr könnt nicht mehr ready machen. Ich bin jedes Mal mit Gnu alleine in der Lobby. Was macht ihr denn, Mann? Ich bin drin. Oh, Mojo. Auferstuhl. Mach diese Mucke aus dem Sack. Wie? Ihr seid nämlich am Ravenside-Discord. Dann kommt mal da rein. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Promo-Peter. Okay, ich mache jetzt ein neues Passwort. Ich sage euch das. Hä? Schon wieder? Was ist das? Ich muss immer ein neues Passwort machen. Geht raus. Geht raus. Ich dachte, das wäre ein Passwort. Geht raus. Geht raus, okay? Geht raus. Geht beide, geht alle raus. So. Okay, und dann macht ihr alle bereit, wenn ich euch sage, dass ihr euch bereit machen sollt. Aha. Okay. Erstmals Passwort. Nein, erst mal sage ich euch, wenn ihr euch bereit machen sollt. Dann könnt ihr das rein. Achmed, hör auf hier, arabische Zeichen zu. Junge, okay. Gnu, bist du so weit? Ich bin noch im Laden. Ja. Warte, wir gehen die ganze Zeit in die Spielwiese rein. Ey. Mann. Was muss ich denn einstellen? Fortnite Albträume Duos. Und dann gibst du dieses Passwort hier unten ein, okay? Einfach schnell, mach bitte. Ja, musst du. Wo gebe ich das denn ein? Mann. Boah. Boah. Benutzerdefiniertes Spiel. Da gibst du das Passwort ein. Kann ich nicht, steht bei mir nicht. Was? Wie steht bei dir nicht? Gibt bei mir, ladies. Jetzt steht es. Jetzt steht es. Ich dachte, er macht die ganze Zeit das Passwort. Ich dachte, du machst es. Okay. Du hast gesagt, du machst es. Kommt jetzt einfach beide rein. Kommt jetzt einfach. Boah, ich schwöre jetzt. Alpharstein, bitte. Okay, bereit. Seid ihr alle, seid ihr jetzt alle bereit? Seid ihr alle bereit? Ja, okay. Okay, Lukas und Alpharstein auch? Ich dachte, die ganze Zeit, die gibt es dann. Okay, ich starte. Ich starte jetzt das Match. Ja. Für diesen Spielmodus ist die Benutzer definiert. Spielsuche leider nicht möglich. Wo seid ihr denn drin? Seid ihr bei Fortnite Alpträume du's? Wallah, guck mal. Ahmed und Mo sind auch hier. Was macht ihr denn? Ey, Lukas, ich schwöre es dir, Mann. Was schwöre es doch? Boah, Junge. Okay, nochmal. Ja, es klappt ja nicht. Ich bin ja nicht dumm. Doch, bist du. Junge, ich habe selber schon einen Private Server gehabt. Es klappt nicht. Okay, wir versuchen es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ey, Gnu, es tut mir so leid, wirklich. Nee, alles gut. Ich finde es lustig. Warte, ich gehe nochmal raus. Lukas, okay? Lukas. Alpträume du's nicht auffüllen, okay? Ja, habe ich. Oh, warte. Ja, doch, habe ich alles. Gut. Passwort. Gebe ich euch jetzt, sobald Gnu ready ist. Warte. Ja, warte, ich bin noch ein Ladebildchen. Das Passwort ändert sich jedes Mal, Mo, verstehst du das nicht? War ja auch ein Prank. Boah, Junge. Ich schwöre, mein Kopf tut so weh, ne? Leute denken immer, haha, lustig, mach mal kurz halbe Stunde Aufnahme. Nein, ist nicht so. Das ist belastend einfach nur. Okay, jetzt könnt ihr reinkommen. Okay. Alphastein. Alphastein, bitte. Bitte, ich bin jetzt weg. Mann, Junge. Alphastein. Okay, seid ihr alle ready? Ja. Alphastein, du auch? Yeah. Okay. Ja. Ja. Deutschland ist Weltmeister. Ich nicht. Was? Was? Okay, Leute, das war's für diese wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Tschau. Eine Minute, 37 Sekunden später. Genau, und wir snacken zusammen in der Küche, was gemeinsam war als Familie. Popcorn gibt's. Die Hornfockt ist essig, fertig. Äh, Alphastein. Alphastein. It was at this moment he knew. He fucked up. Aua. Junge, du bist so dumm, Alter. Du bist so ein Idiot, Digga. Oh, Mann. Junge, du bist so unendlich dämlich, Alphastein. Dieser Hilfe-Schrei vorher noch. Ich kam nicht von meinem Emote weg. Ey, du bist so dumm, ja, nice. Dann müssen wir nochmal komplett neu starten. Auf Wiedersehen. Tschau.